Wir freuen uns über den Besuch bei Autos Wismann. Willkommen in diesem schicken Ford Fiesta Sport. Zu Ihrer Unterhaltung bietet dieser Fiesta ein CD-Radio, MP3 mit Lenkradbedienung und großem Display. Über einen USB- oder AUX-Anschluss können Sie auch MP3-Player, iPod usw. betreiben. Ein Bluetooth-Freisprecher verbindet Ihr Handy drahtlos mit dem Auto. Je nach Handytyp können Sie auch Musikdateien via Bluetooth im Radio abspielen lassen. Seine besondere sportliche Note erhält der Fiesta Sport im Außenbereich durch die sportliche Front- und Heckschürze, Seitenspiller. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Den Heckspoiler, 16 Zoll Leichtmetallfelgen und die abgedunkelten Scheiben sowie ein Sportfahrwerk. Darüber hinaus verwöhnt diese Fiesta mit Zentralverriegelung und Fernbedienung, einer automatischen Klimaanlage, Portcomputer und der wichtigen heizbaren Frontscheibe. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autosilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Für Ihre Sicherheit stehen ABS, ESP und 5 Airbag parat. Nebellampen vorne und ein Reserverad-Notrad. Neumagen, Gebrauchswagen und Service, da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss! Tschüss! Tschüss!